Hallo, willkommen bei Produkterfahrungsberichte. Dieser Artikel hat eine Bewertung von 3,3 von 5 Sternen. Ein Kunde sagt, da die Bewertungen vom Devolo Heizkörper Thermostat und dem Starter Set zusammenbildet wurden, jetzt noch ein paar Sätze zum Starter Set System selbst. Die Bewertung zum Thermostat folgt unten das Starter Set ist ein guter Einstieg in die Hausautomatisierung. Nach ein paar Problemen am Anfang, läuft jetzt alles sehr gut bei mir. Die Firmware und auch die Cloud-Anwendung wurden Anfang des Jahres noch ein paar Mal aktualisiert und damit wurden Fehler beseitigt. Ich musste etwas darauf achten, wo ich die Zentrale im Hau platziere. Habe bereits einige Devolo-Module integriert und ebenfalls ein paar von Fremdanbietern. Hier eine Auflistung derer, die ich weitgehend problemlos mit der Devolo-Zentrale gekoppelt habe. FIBARO-Relais-Unterputz-Einsatz 2 Schalter 1,5 kW, FIBIFX 222, FIBARO-Zwischenstecker-Schalter-Typ Fshuko, ZWEF, FIB-FGWPF101, DEMA-SET-BUSCH-Jäger-DURO-2000-Arctis-Weiß, Schalter-SET-BUSCH-Jäger-DURO-2000-Arctis-Weiß, Europa-Q-W von Sigenia-Aubi-Aerosensor-R von Sigenia-Aubi-ZWF-ZWEDER-Energie-Autarker-ZWF-Multisensor, POP-005206, alle Werte sichtbar verwendbar, in den Diagrammen nur circa. Danke für das Anschauen unseres Videos. Bitte hinterlassen Sie eine positive Bewertung.